Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Red Dead Redemption 2 Online. Heute ein kleines Info-Video, denn ihr wisst es wahrscheinlich schon, im Sommer wurde das nächste Update angeteased, was Rockstar für RDO plant. Und darauf will ich heute quasi ein bisschen eingehen. Nicht nur Spieler von GTA Online bekommen also in den nächsten Monaten neues Futter, sondern Rockstar verspricht eben auch Updates für RDO Online und macht dabei Hoffnung auf Heists. Also was heißt sind, musste ich mir erst mal googeln, wusste ich gar nicht. Ich habe mich nur immer gewundert, warum die Leute so damit um sich werfen und ich wusste halt nicht, worum es geht. Aber es sind Raubüberfälle, man mag es nicht meinen. Also Raubüberfälle. In den kommenden Monaten bekommt Red Dead Online neue Updates spendiert. Tatsächlich geht es bereits nächste Woche los. Also am 25. Mai wird der Multiplayer Red Dead Redemption 2 um neue Pferderennen erweitert. Das wussten wir ja schon. Und ich glaube aber nicht, dass da wirklich was Neues reinkommt in den Pferderennen. Ich glaube, das sind einfach nur neue Karten mit den ganz üblichen Modi, den Zielrennen, den zielgerichteten Rennen an sich. Und ja, jetzt nichts Besonderes, sage ich mal. Es sind halt nur neue Karten, auf denen man dann spielen kann ab dem 25. Mai. Viele Spieler dürfen das aber spätestens im Sommer 2021 spannend werden. Neue Inhalte kommen ins Spiel sogar noch Ende Mai. Also am 25. Mai wird Red Dead Online um insgesamt acht neue Rennen erweitert. Die sollen euch unter anderem durch die wichtigsten Gebiete der Spielwelt führen, unter anderem auch durch Captive, Preach, Annisburg und Lagra. Finde ich ganz cool, weil wir halt davon noch gar nichts in den Rennen gesehen haben. Dabei gibt es nicht nur neue Standardrennen, sondern auch offene Rennen. Bei denen keiner festgelegten Route gefolgt werden muss. Genau, das kennen wir eigentlich. Und eben sowohl die Zielrennen auch, die auch wieder mit dabei sind, wo man eben Ziele mit dem Pfeil und Bogen treffen muss, um seinen Punkt, also das Rennen für sich zu entscheiden. Aktuelle Boni auf Rennen gibt es auch und zwar bereitet Rockstar schon diese Woche auf den neuen Content vor. Deswegen gibt es seit dem 18. Mai 3-fache Erfahrung Geld für jedes abgeschlossene Rennen. Außerdem gibt es passend dazu zusätzliche Boni. Zum anderen 50% Rabatt auf den verbesserten Bogen und 20 Pfeile nach Abschluss eines Rennens. 40% Rabatt auf beliebigen Sattel für die Spieler, die es bei den Rennen unter die Top 3 schaffen. Und kostenlose Pflegepakete beim Login. Pferdepflegepakete. Und da muss ich mit dazu sagen, dass ich irgendwo mal gesehen habe, dass die Pferdepflegepakete verpackt sein soll. Weil, nachdem man so ein Pferdepflegepaket im Stall quasi erworben hat, damit die Pferde so ein bisschen wieder in die Bahn gebracht werden, sag ich mal, da verbrauchen die mehr Ausdauer. Ist irgendwie ein komischer Bug, aber ich hoffe, der verdünnisiert sich irgendwann wieder. Und dann gibt es natürlich noch ein großes Inhaltsversprechen für den Sommer 2021 von Rockstar. Und zwar verspricht Rockstar zusätzlich für Red Dead Online eine neue Person, einen neuen NPC, mit dem wir interagieren können. Und zwar den Auftraggeber Guido Martelli. Kennspieler der Story bereits als Handlanger von Angelo Bronte. Jetzt stößt er als Auftraggeber zu Red Dead Online und will mit eurer Hilfe versuchen, ein kriminelles Netzwerk aufzubauen. Dabei handelt es sich dann um verschiedene Arten von Aufträgen. Konkret ist von Einschüchterung an stößigen Verbrechen und größeren riskanten Raubzügen die Rede. Bin ich ja mal gespannt, ob wir dann quasi unsere Loküberfälle haben, unsere Personenwaggonüberfälle oder ob wir eine Bank ausrauben müssen. In so einem Ding, da bin ich ja mal sehr gespannt. Gerade letzteres lässt eben die Hoffnung aufkommen, dass Red Dead Online wie GTA Online umspielbare Raubzüge erweitert werden könnte. Etwas, was die Community seit jeher wünscht. Offiziell bestätigt sich, sind also Raubüberfälle damit nicht. Aber Sinn machen würde diese Art von Mission für Red Dead Online allemal. Und vor allem da ein Screenshot bereits für Zügeüberfälle da ist. Also legt das wirklich nahe, dass da wahrscheinlich Raubüberfälle für Züge gedacht sind, oder? Obwohl die tun jetzt hier quasi auf dem Dach umgondeln. Keine Ahnung. Müsste man, glaube ich, echt mal Glück haben. Also viele mutmaßen jetzt, da könnte jetzt eine Rolle hinter stecken. Oder ist es jetzt einfach nur eine fremde Person Mission? Oder sind es einfach nur Story Missionen? Und weiß es ehrlich gesagt nicht, was da kommen kann. Also ich, es wurde auch nie wirklich von einer neuen Rolle gesprochen. Zumindest nicht von Rockstar Studios Seite her. Und von daher denke ich, das wird so eine Art andere Sorte fremde Person Mission mit ein bisschen mehr Wild West Feeling, sag ich mal. Ja. Also das ist nur so meine Meinung. Wird vielleicht auch, könnte vielleicht auch so ein bisschen in die Story Richtung gehen. Weil ich weiß, dass zu Guido Mortelli auch schon quasi eingesprochen wurde. Und zwar von jemandem Geringerem als Emanuel Anconini. Muss ein Italiener sein. Genauso wie auch unser NPC hier. Guido Mortelli ist ja auch ein Italiener. Oder ja, kommt aus dem italienischen Schlag her. So, wer jetzt noch wissen will, wer eigentlich Guido Mortelli ist, der bleibt dran. Guido war einst ein Handlanger von Angelo Bronte. Angelo Bronte ist ein wohlhabender italienischer Geschäftsmann und Kriminalchef. Er pflegt Verbindungen zu hochgradigen Staatsbeamten. Bronte nutzt diese Verbindung aber schamlos zu seinem eigenen Vorteil aus. Seine kriminellen Geschäfte äußern sich dadurch, dass er eben versucht zu bestechen, zu betrügen und ja quasi seine Eigenfinanzierung voranzutreiben. Nach dem Tod von Bronte übernimmt Guido Mortelli etwa zwischen 1899 und 1907 den Rang des kriminellen Oberhauptes in Saint-Denis. Entschuldigung. Ich sagte, warum hast du seinen Kind genommen genommen? Wir haben keine Probleme mit dir, Herr Herr. Und du mit uns. Aber wenn du einen willst, wird ein paar Leute sterben in dieser Raum sein, bevor es fertig ist. Er bestach zum Beispiel Benjamin Lambert, den Polizeichef von Saint-Denis, Aktivitäten seiner italienischen Meute zu ignorieren. Also der hat quasi die Polizei geschmiert, damit sie nix, äh, damit sie die quasi nicht anschwärzen. Guido Mortelli wird in Red Dead Redemption 2 von Charles Smith kurz als der Anführung des organisierten Verbrechens in Saint-Denis bezeichnet. Guido schloss mit Charles Smith einen Deal ab, um einen Boxkampf zu gewinnen, hat er den Betrug und erntete eine Menge Geld. Martellis Männer sind deshalb natürlich frustriert und dass sie betrogen wurden und machen sich natürlich auf die Suche nach Charles, um ihr Geld, was sie verloren haben, zurück zu erobern oder zurückzubekommen. Und vier von den Martelli Männern stehen dann am Hafen. Charles und John Mars gegenüber werden aber von beiden dann rasch unter Beschuss genommen. Charles und John treten schließlich die Flucht aus Saint-Denis an, wobei Charles sagt, dass sie nicht von der Polizei gefasst werden sollten, falls doch würden sie Martelli aus dem Verhörsraum nicht entkommen lassen. Und da sieht man natürlich auch ganz deutlich, ähm, dass Martelli ein hohes Maß an Kontrolle über das Saint-Denis Police Department hat. Und nach diesem Vorfall wird Martelli in der Story nicht mehr erwähnt. Er geht dann einfach unter. Obwohl Martelli nicht im Spiel erscheint, wird ihm aber ein Synchronsprecher zugeschrieben, und zwar Emanuel Anconini, von dem ich gerade gesprochen habe. Und dieser wurde sogar für sein Mitwirken bezahlt. Was im Model Code. Ich sag's mal so, wie es ist. Freut euch nicht zu früh. Freut euch jetzt nicht unbedingt drauf, dass da eine neue Rolle kommt. Ich glaub's nämlich nicht. Es könnte wahrscheinlich, also ich würde sagen, es ist wahrscheinlich nur eine etwas ausgearbeitete Form von einer fremden Personen-Mission. Wirklicherweise ist es auch so, dass wir verschiedene Missionen da bekommen und quasi auch gar nicht auswählen können, was wir davon machen. Ähm, richtig cool fände ich es, wenn man sich quasi auf solche Missionen erst vorbereiten müsste, quasi verschiedene Punkte in der Spielwelt abarbeiten müsste, damit einem der letztendliche Raubüberfall auch gelingt. Zum Beispiel einen Streckenabschnitt sperren oder solche Sachen oder Züge umlenken, sowas, damit man dann im Endeffekt auf den eigentlichen Zug, auf den man gerne treffen möchte, ja, trifft. So, das fände ich eigentlich mal ganz cool. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr wisst jetzt, wer Guido Martelli ist. Also ein Italiener, der es ganz faustdick hinter den Ohren hat. Und ich freue mich auf euch und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!